Herzlich Willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2 Yo, wir sind jetzt auf der Körnerlage, wa? Und wir spielen wieder die Touristen Ja, wieder die Touristen, wir spielen die Touristen Und es ist nur noch geil, wenn alle anfangen, alle losrennen Und das ist die letzte Runde, aber geil Da kannst du sagen, was du willst, aber mega geil So, und das, ich find die Grafik, die Grafik ist einfach wirklich cool Da kannst du nichts gegen sagen Also, hier durchleust Und siehst Das Brandflicken und alles ist schon cool Apropos, du ihn, du kannst doch bitte Gift was antun Kann ich auch, du Arschgeiger Und mein Schild ist lila Na komm Kommt hier noch rum Sorry Wow, ich seh überhaupt nichts mehr Schalt wieder nur noch drauf Einfach drauf halten Von hinten Und er läuft dann unser Mate vorbei Und er sieht das nicht Yo Schwer, 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 geil Das ist mein Team, ey Die wissen, was cool ist Auf jeden Fall Anhänger des Coolen, so Wir fangen, du Arsch Ich stecke das Archiv Löscher Sicherheitskopien Haben wir es? Ne Wir müssen es dran stellen, das muss man Das muss doch jemand sagen Ich bin schon lange hingestellt, nicht einfach mein Leben in Kauf genommen Und das zugemacht Das bringt Safe-Punkte und das nicht mal wenig So, das Ding ist zu Wir können weiter Los Männer Ich glaube meine Granate ist nicht durchgefallen Ah doch Wo ist die Granate hin? Niemals Den Hammer Da oben sind noch mehr, aber scheiße, da unten drauf Hammer Die Waffe ist doch geiler Da drinnen war noch einer Ich glaube, der kommt hier nicht durch Hammer Schlag nach Ich kann gerade überhaupt nichts machen Ich werde den östlichen Landepunkt einnehmen Fuck Wir haben Hilfe Großartige Hilfe What the fuck So, wir haben es auf jeden Fall gleich Ich wusste, dass die Schiffe sind Aber wir haben trotzdem den ersten Fast abgeschlossen Punktmäßig haben wir auf jeden Fall so gut wie den Helden Also da Vorteil ist auf jeden Fall drin Ist doch mal schön auf der anderen Seite zu sein Und mit auszuteilen So Ob ich bis da rüberwerfen kann Da war ich jetzt fasziniert Kann ich das Ding schon wieder sehen Alter, ich muss rein, ich muss rein Nein, 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 nein Nein Ich war so gut wie drin Sniper Okay, ich glaube Helden Hat sich erledigt Ich glaube, ich spiele lieber Da mal klicken Helden mehr So wie es aussieht Hat sich das mit den Helden ausgeheldet Die werden jetzt durchgereicht Bis zum Ende Und wir sind das so Noice Okay, ich komme lieber nochmal zurück Hei, hei, hei Näh Was das immer für eine Aktion war Lass das mal lieber So, dann gehen wir mal hier drüben da Und gucken mal, wo es weiter geht Wir sind gut am Vorrücken So, hier wird sie satt Und da Von hinten So, das wird jetzt hier safe So, der Punkt ist safe So, den Hammer Scheiße Scheiße, ich kann ja keine Granate werfen Ähm, wie läuft's? Hat sich erledigt Ich spiele scheiße Scheiße Jetzt habe ich klem alles gedrückt In alle Fähigkeiten verbaut, ey Eigentlich wollte ich jetzt noch den Raketentruber nehmen Beziehungsweise den Raketen-Truiden Weil ich glaube, das macht es hier nichts mehr aus Ich glaube, wir sind durch Ich glaube nicht, dass ich hier noch schaffen, Helden auszugehen Punktzahlmäßig schon Aber da viele über mir sind Das ist auf jeden Fall eher schaffen Lag nach, du Arsch Ach, du Scheiße Na Die letzte Phase beginnt Zerstört den Fusionskern Okay, die müssen sich eh zurückziehen Da macht sich nur noch Schied Alle haben sich noch schön hochgekämpft auf Platz 6 Los, Leute Letzter Punkt Der Punkt war noch geil Da erinnere ich mich noch Ich will meine, es ist Hier Ich bin am Nachladen Das ist unfair Nice Ich schneide einfach ab Ich muss nachladen Mir geht es gerade echt scheiße Und du fragst mich durch Ich bin Habe ich mich jetzt gerade durch die eigene Kran Ich habe doch noch einen Helden Ich werde immer überleben Ich werde immer überleben, Jungs Nice Ich darf noch mal ein Ziff spielen Nioh Ich sage mal, mein Lieblings Ziff Obwohl, darf weder ist auch hoch Aber das ist einer, mein Lieblings Ziffs Darf more Jetzt geht's ab Ich geh rein Jungs, gib mir Decke Was, was zum Teufel Als ob er sich die ganze Zeit wegweichen konnte Das war jetzt echt hart Nein Ich habe meinen Ziff verballert Oh Mann Egal, wir sind drin Ich glaube Egal, selbst wenn du stirbst Du tust dein Das Heu auf dich zu lenken Und damit den Mates ermöglichen Mit zu stürmen Deswegen Sind wir jetzt eigentlich schon durch Und haben auch das Ding So gut wie Schon sehr kurz davor Niemand auf das Alten Ja Voll draufhalten Granate Das Yoda Hammer Nice Ich fall trotzdem nach oben Perfekt Haben wir da so noch gemacht Sind wir leider nicht an den besten Leider Gottes Haben wir es da drunter nicht geschafft Trotzdem War's geil, wenn ich sagen Damit endet das schon die Folge von Star Wars Battlefront 2 Wir sehen uns bis zum nächsten Mal Und Tschüss